Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Doppelterraner. Wir müssen uns weiter ranken. Ja. Das machen wir jetzt auf der Schmaraggrünen Stadt gegen, ich habe es nicht mehr sehen können. Ich glaube Zerkrotos. Zerkrotos, ja genau. Nur eine Ram, das ist sehr schön. Das ist sehr schön, ja, da kann man schön zu machen. Und wie gesagt, wer Bock hat, gerne abonnieren, wer echt ist. Voll genug von euch. Wie gesagt, wer noch keinen Account hat, gerne Account machen und einfach nur abonnieren. Uns, nur uns, nur uns, niemand anderes. Es hilft uns auf jeden Fall sehr viel. Es war auch schön, dass ihr unsere Videos guckt. So, jetzt brauche ich gleich die Barak. Wir brauchen Abonnenten. Tag, Barak kommt. Tja, meine Barak kommt viel zu spät. Meine Barak. Gas. Du bist irgendwie schneller als ich, das Gefühl. Ja, vielleicht ein Arbeiter weniger kann sein. Ich bin jetzt bei 17. Ich bin bei 16, ja. Ich bin bei 16, ja. Ja, ab geht da, liegt es. So, danach ein Reaper. Und... Ich glaube, wir werden gescoutet. Wir werden gescoutet. Wären nicht gescoutet? Doch, wir werden gescoutet. Ist schon drin. Ah. Und jetzt da ist er. Rotos. Das ist keine Rush, hä? Ja, zu spät. Ja, stimmt. Schlechte Neuigkeiten? Nur zu. Was ist Ihnen an? Ja, Cannon Rush. Ah, ha, 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 ha. Vorwiegend ist es zu spät. Ich mach mal zu. Aus der Bahn. Was nicht passend wird, passend gemacht. Nur zu. Passt schon, kannst du weg. Hat da unten so noch was? Na ja, der muss weg, der Pylot. Was nicht passend wird, passend gemacht. Was ist das? Was ist das? Weiß das der Pfotter ist? Kann man ja eigentlich hier oben bauen. Was ist das nicht mein Reaper? Ja, ne, hol dir den, äh, den... Den... Wie wirst du das? Genau. Jetzt können wir das einfach zu schießen. Wie hole ich mir! Smarter. Was wichtig jetzt? Aus der Bahn! Hast du schon einen Zug gemacht, der hast du? Ja, er ist Zug. Jetzt kommt bestimmt der in der Länge. Naja, bestimmt. Und die Sonde. Ja, da kommt die Länge. Da müssen wir den Depot reparieren. So schnell bin ich nicht. V-neuils. Ich v-neuils. Ich v-neuils. Ah, aber die Pfotter, ich kann nicht weiter bauen, ne? Sehr schön. Wo siehst du? BBM Einsatzbereit. Das ist echt mein Reaper. Ich hab' gar kein Geburt, oder was? Hey, ne Drohne! Boah, der ist gestorben. Verweigerung fertiggestellt. Was nicht passend wird, passend gemacht. Ist ja nicht mein Yelp. BBM Einsatzbereit. Also die Wegfindung ist echt asozial langsam. Ja. Wir haben aber... Ne, aber es ist ein All-In nicht wirklich, ne? Doch. Es ist ein All-In, wenn du sie... Kam zu wenig, hab ich das Gefühl. Ja, der Canon ist halt doch teuer, ne? Wir haben es halt nicht geschafft. Und jetzt sind wir eigentlich safe. Kannst du das eine noch aufmachen? Sonst muss ich immer so bei dir rundherum gehen. Achso. Ja, wir müssen halt aufpassen, dass da keine Viecher reinkommen. Unsere Verbündeten werden angeklappt. Ist das angeklappt? Ja, haben geäxt. Rodos. Oh. BBM! An die Post! Wie schieben Sie aus? Ach, ich hab immer noch nicht rausgefunden, wie ich jetzt am besten mein Zeug verteile. Ja. Also, hier auf die Knöpfe. Los, los, los! Ich wurde nicht so glücklich. Was licht jetzt? Hab ich grad einen Airport gebaut? Hab ich nicht gebaut. Ich überdacht, ich hab gleich einen Airport gebaut. Was licht an? Was nicht passen? WBF bereit. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Das hat Serana. Kann ich angehen. Das ist wenig Mule geschmissen. Ja. Erstmal den Kranken reparieren. Meine WBFs, die krank sind. Das ist eine Idee. Einfach einen abstellen, der die ganze Zeit in der Bude rumrennt. Oh, hinten ist es offen. DBS Einsatz bereit. Driesender Boss. Aufgedankt aus einer Vereinigung. So, das noch bauen. Kannst jetzt weiter abbauen. Könnte mal der Dritte bauen. Ne, der Vorderlich ist das. Ne, der Dritte ist das. Dritte. B. Die Musen sind echt böse ey. Ja, finde ich auch. Krass. Ich hab heute die Post gebraucht. Es kommen nur vielleicht drei. Bleibt cool. Hier ist ein Overlord. Bist du den? Ne, war. Bist du nicht. Mal gucken. Ne, der wird jetzt gemocht. Ich glaube unser Gegner ist nicht schlecht. Ja der Protus, ja er wird wohl. Der Zerg hat schon die dritte ne? Komplett taburiert. Ich habe jetzt auch eine dritte gleich. Ich bin gleich da. Oh, hier steht Bainling am Ende. Dann lasst uns mal loslegen. Zum Sieg. Das hat sich nicht gedruckt für jeden. Ich verschwinde viel zu viel Minereien. Brauchst du Minereien? Ja, ich nehme was. Ich habe keine mehr Reihen. Jetzt fahre ich mal Barracks. Schießen Sie los! Wer hat die Flotte gerufen? Ich weiß alles platt! Kannst du nicht landen, wahr? Ne. Hättest du schon. Aber da steht eine Armee. Foto aus jede Menge. Aufhören! Verlose kommen, ja. Bist du klar zu grüßen, Hickel? Ein bisschen, oder? Gleich. So mehr habe ich nicht. So mehr habe ich nicht. Keine. Jetzt gehts rund. Ich bin sowas von dabei! Okay. Das war lange mit dem Go-Man. Das ist noch mehr Gas, ne, gell? So, hier nochmal 100. Oh, da kann ich jetzt nur Marine spawnen. Mal gucken, wie irgendwas ist denn, ey. Das kann nicht. Ich kanns gerade auch nochmal Marine spawnen. Wieder mal jetzt. Ohne Ende. Nicht genügend Mineralien. Da stehen auf jeden Fall dort nicht mehr bei der Imposition. Da stehen sie, da kommen sie. Ach wirklich? Abmarschbereit! Bin unterwegs. Gibt's Koordinaten? Ja, Commander. Was jagen wir hoch? Bereit machen, Jungs! Wer hat die Flotte gerufen? Ich weiß, was vergessen hat. Ich weiß, was vergessen hat. Ich weiß, was vergessen hat. Ach, da ist ein scheiß Engelkram da. Wer hat die Flotte gerufen? Ja, die kommen dann eher da lang, ne? Wollen wir ein Stück vor, oder wie wollen wir es warten? Ja, ja. Es geht ein Stück vor. Ach, wirklich? Ist ein bisschen Gas, ne, gell? Habt ihr gegeben? Und nun? Vorne ist ein Overlord. Nicht genug mit Pin Gas. Nicht genug mit Pin Gas. Alle, alle. Wann wichtig? BBF bereit. Upbreak der Kommandozentrale. Fertig. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Nicht genug mit Pin Gas. Da kommen sie, ne? Ja. Wo? Was denn? Ja. Und High Templer, äh. Wer hat die Flotte gerufen? High Templer ist klar. Wird gemacht. Und hier diese Füße, ne? Na, ich seh's. Ich geh drauf. Viele Hydrust. Wir müssen ja Hydrust nehmen. Nämlich jemand kriegt die Hydrustarmicke tot. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Terakas, die soll dann lass uns drauf gehen. Auf dem Weg. Und nun? Da steh' ne. Toss. Fohls im Weg. GG. Agenda. Kann man mal ausladen. Probiert. Nein, dann geh ich hoch. Ja. Ein Geruch. Toss. Nur da gibt es die Exen, ne? Kein Guterfobot. Zwei Exe. Zwei Exe. Zu viel. Zwei. Zwei. Ich habe gerade noch einen Kreuzergekup produziert. GG! Ja, doch noch gewonnen. Hätte ich nie gedacht. Die haben aber vielleicht viel zu viele geäxte, oder? Boah, die haben echt übelst viele geäxte, ey. Wir haben auch noch 3.000 einmal mehr. Und Platin 1 war das. Ja, die waren Platin 1. Dann würde ich sagen, nächste Folge und so. Genau, bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschau tschau. Bis dahin. 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 Bis dahin.